Katalog Nummer 7, Engelkes Burn. Mit dieser schicken Delta Lambda Tochter haben sie noch einmal die Gelegenheit ein Stück der bekannten Engelke Herde zu ergattern. Ihre Mutter Beauty war Topseller der letztjährigen Exclusive Auktion in Lingen und sie geht zurück über sechs Generationen exzellenten Kühen direkt auf die weltberühmte Rain Ridge Tony Beauty. Lot Nummer 7, Engelkes Burn. This fancy Delta Lambda Tochter is your chance to own a piece of the famous Engelke Herde. Her damn beauty was Topseller at the last Masterin exclusive auction in Lingen. And she goes straight back over six generations excellent cows in a row to the world famous Rainy Ridge Tony Beauty.